Guten Tag liebe Gartenfreunde und im speziellen Freunde des Kirschlorbeer. Ich bin ein ganz besonderer Fan der Sorte Genolia, die im Gegensatz zu ihren Artgenossen sehr schlank und aufrecht wächst. Dabei ist sie auch sehr dicht in Blätterkleid was den Sichtschutz angeht. Kirschlorbeer Genolia in der Größe 120 bis 140 cm nach Anlieferung und kurz vor dem endgültigen Anpflanzen auf unserem Grundstück. Das Bild zeigt mittelgroße Pflanzen, die uns von einem ausgewiesenen Baumschulbetrieb per Spedition innerhalb von zwei Tagen zugeschickt wurden. 30 Pflanzen als hochwertige Ballenware auf Palette. Dies reicht für eine 10 bis 12 Meter lange Kirschlorbeerhecke. Sie sollten beim Sortentyp Genolia immer bedenken, dass diese Pflanze ein beachtliches Längenwachstum in der Höhe aufweist. Das Wachstum in der Breite vollzieht sich langsam. Nämlich nur 5 bis 10 cm pro Jahr. Sie sollten dies beim Setzen der Pflanzen beachten. Das heißt, lieber drei Pflanzen Genolia als zwei pro Meter. Wobei ich davon ausgehe, dass in der Regel 80 bis 120 cm große Pflanzen in die Erde eingebracht werden. Kirschlorbeer Genolia ist eine relativ neue, innovative Züchtung aus der Schweiz. Sie ist gesetzlich geschützt, unter anderem bedeutet dies für sie als Käufer, dass diese Pflanzen von ihnen nicht vermehrt und dann verkauft werden dürfen. Die Besonderheit vom Kirschlorbeer Genolia liegt im sehr schlanken Wuchs. Bis maximal ein Meter Breite bei einer Höhe von 3 bis 4 Meter. Sie ist also geradezu ideal im Bereich der Heckenpflanzung. Sie ersparen sich beim jährlichen Schnitt eine ganze Menge an kostbarer Zeit und Arbeit. Alle wichtigen Details finden Sie auf unserer Webseite, die wir verlinkt haben.